Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei der Bürgersprechstunde, diesmal mit dem Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Greichen. Herr Greichen, herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja, schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich, dass ich mal dabei sein darf, weil sonst macht das ja die Kollegin Astrid Sonntag, die hat leider im Moment zumindest keine Stimme. Wir wünschen ihr gute Besserung, aber wir beide haben Stimme genug, um die Themen zu behandeln, die wichtig sind. Ja, am vergangenen Wochenende war ja die Landtagswahl in Sachsen. Die war insofern spannend, die war aber aus meiner Sicht, wenn man den Umfragen im Vorfeld Glauben schenkte, tatsächlich auch zu erwarten, teilweise die Ergebnisse. Hatten Sie denn das Ergebnis so erwartet? Na ja, also man lässt sich ja von den Umfragen, die ja dann im Tagestakt fast veröffentlicht werden, schon etwas leiten. Das Spannende war für mich am Ende zwei Fragen. Die Frage der Mobilisierung, es war ja die Landtagswahl mit der höchsten Wahlbeteiligung seit Wiedergründung des Freistaats 1990 und es war ja am Ende schon noch so eine Spannung, wer liegt denn da nun wirklich vorn von den Parteien? Und das waren eigentlich für mich so die spannenden Fragen. Gelingt es der CDU jetzt wirklich die meisten Stimmen einzusammeln bei der Wahl und gelingt es in der Mobilisierung auch aufgrund dieser hohen Wahlbeteiligung des Ergebnisses überhaupt zu erzielen? Das war schon ein spannender Abend. Sie sind ja unter anderem auch Präsident der Landräte in Sachsen. Werden Sie damit auch bei Koordinationsverhandlungen involviert? Also das kann man nie vorhersagen. In der Vergangenheit war es geübte Praxis, weil viele kommunale, also im Grunde sind die Landkreise ja wie die Städte und Gemeinden auch aus, also die sind ja wie Erfüllungsgehilfen im staatlichen Aufgabenvollzug. Die erledigen viele Aufgaben, die per Gesetz vom Landtag geregelt werden und hängen natürlich auch am finanziellen Tropf vom Freistaat. Insofern sind die Parteien, die eine Regierungsbildung beabsichtigen, gut beraten, die Kommunen mit einzubeziehen und deren Sichtweise, deren Sorgen, deren Probleme mit in die Koalitionsverhandlungen einzubeziehen. Denn ein Land wird niemals funktionieren, wenn die Kommunen nicht an den entscheidenden Punkten mitwirken können, wenn sie ausreichend finanziert sind. Und wenn jetzt vielleicht auch Änderungen passieren, es gibt ja höchstwahrscheinlich eine ganz neue Konstellation innerhalb der Regierungsfraktion und damit auch neue Ideen, wo alle gut beraten sind, die Kommunen hinreichend mit einzubeziehen. Wäre jetzt in Person, da bin ich jetzt gar nicht, also bin ich uneitel genug, um das nicht auf meine Person zu beziehen, aber die Expertise der kommunalen Spitzenverbände sollte zwingend mit einbezogen sein. Wie wird sich denn das Ergebnis jetzt auch unmittelbar bei uns auf den Landkreis auswirken? Also wir haben ja in unserem Landkreis eine erstaunliche Stabilität. Die Direktwahlkandidaten im Raum Wurzelnöster, Kai Ritter im Wahlbezirk Leipzig-Süd mit Mark Kleberg ist der Oliver Fritsche und im Wahlkreis Leipzig-Süd in der Region Burna, der Geoglisch von Breitenbuch wiedergewählt wurden. Wahlkreis Grimma ist jetzt neuer Kandidat, aber das war ohnehin so, weil der bisherige Amtsinhaber, der Herr Kirmes, ja nicht wieder angetreten ist, ist jetzt Matthias Berger gewählt worden. Also insofern sind vier Personen, wo man ja einen guten Bekanntheitsgrad hat und damit auch gute Interessensvertreter im Landtag sehen wird. Das ist schon mal gut. Zur Regierungsbildung haben Sie eben schon was gesagt. Wie sehen Sie gerade die Rolle von Matthias Berger, der als einziger Direktkandidat ja in den Landtag gewählt wurde, für die Freien Wähler, parteilos. Wie sehen Sie seine Rolle und wie denken Sie, wird es dann für Grimma weitergehen? Naja, zunächst muss erstmal formal das Wahlergebnis festgestellt werden. Der Kreiswahlausschuss tagt im Übrigen heute, tagt am Freitag und am Freitag wird das Ergebnis festgestellt. So, dann werden alle gewählten Kandidaten offiziell informiert über das Ergebnis der Wahl und sind dann in der Situation, die Wahl annehmen zu können oder eben nicht. Das ist jetzt eine Entscheidung, die muss er ja persönlich treffen. Die wird ihm auch niemand abnehmen können. Und dann muss man schauen, wie er sich entscheidet. Nimmt er das Mandat an, dann ist für Grimma ein neuer Oberbürgermeister zu wählen. Bleibt er in Grimma, dann gilt die Nachfolgeregelung für den Sächsischen Landtag. Genau. Okay. Tja, der Kreistag hat sich ja schon konstituiert am 28. August. Das ging relativ fix. Wie wird sich denn die Konstituierung auf die Zusammenarbeit der Fraktionen im Kreistag auswirken? Ja, bin ich gespannt. Es gibt zwar in der absoluten Zahl dieselbe Zahl der Fraktionen im Kreistag, aber es gibt schon unterschiedliche personelle Zusammensetzungen und ja auch neue Fraktionen. Das Bündnis Sarah-Wagenknecht ist neu, als Fraktion in den Kreistag eingezogen. Bündnis 90 die Grünen sind zwar am Kreistag wieder vertreten, aber nicht mehr an Fraktionsstärke. Sind nur noch, also sind von sechs auf vier Kreisräten gerutscht. Die Konstituierung, die konnten wir letzten Mittwoch abschließen. Im Grunde ist es gelungen, alle Ausschüsse zu besetzen und alle Gremien, wo der Landkreis vertreten ist, zu besetzen. Dort gibt es ja den Grundsatz, dass die Mehrheitsverhältnisse im Kreistag sich in den Ausschüssen und auch in den Gremien widerspiegeln müssen. Das heißt also, dass die die Anzahl der Kreisräte kann es ja noch mal kurz benennen. Die Fraktion CDU, FDP, das ist im Zusammenschluss von zwei Parteien, haben eine Fraktion gebildet. Die haben jetzt 25 Kreisräte. Gleich auf die Fraktion AfD mit 25 Kreisräten. Und dann kommen abgestuft mit zwölf Kreisräten die unabhängige Wählervereinigung, mit elf Kreisräten die SPD. Dann kommt mit sieben das Bündnis Sarah Wagenknecht, mit fünf Kreisräten die Fraktion Die Linke, also Fraktionsstatus mit fünf noch erhalten. Mit vieren sind dann die Grünen dabei und mit drei die Freien Sachsen. Und dieses Kräfteverhältnis, dieses ausgedrückte Wahlergebnis zur Kommunalwahl, das muss sich spiegelbildlich in allen Ausschüssen wiederfinden. Im Ausschuss sind natürlich nicht 92 Kreisräte wie im Kreistag, sondern 14. Und diese Spiegelbildlichkeit der Kräfteverhältnisse haben wir jetzt auf die 14 Ausschussmitglieder übertragen in der Kreistagssitzung. Das ist leider nicht in der Einigung erfolgt, weil wir haben uns natürlich vorher getroffen und verständigt, um uns im besten Falle zu einigen. Diese Einigung ist aber von drei Kreisräten nicht mitgetragen worden, sodass wir das im Benennungsverfahren durchführen mussten. Das ist jetzt eher eine Formalie, die dazu beigetragen hat, dass die Ausschüsse gebildet wurden, aber eben mit einer anderen Zusammensetzung, weil bei der Einigung waren die Grünen dabei. So hatten wir uns im Vorfeld darauf verständigt. Im Benennungsverfahren dürfen formal nach sechstischer Landkreisordnung nur Fraktionen berücksichtigt werden. Das hatten ja die Grünen nicht in dem Fall. Haben die Grünen nicht, deswegen waren sie aus den Ausschüssen dann raus und konnten nicht mehr berücksichtigt werden. Alle anderen Gremien, die Verwaltungsräte der Sparkasse, unsere Gesellschaften, Regionalbuskell, Muldenthal-Klinik, die sind alle gewählt worden, bis hin zu den Zweckverbänden, Planungsverband, Zweckverband, Nahverkehrsraum Leipzig sind alle besetzt worden, sodass wir jetzt handlungsfähig sind und die jeweiligen Gremien natürlich jetzt für sich in die Konstituierung gehen. Das kommt ja noch dazu, also Verwaltungsrat, Sparkasse, Planungsverband, die ganzen GmbHs, die jetzt ihre Aufsichtsräte konstituieren. Das ist jetzt so ein Prozess bis zum Jahresende. Und dort, wo wir natürlich gemeinsam mit der Stadt Leipzig oder mit Nordsachsen in Verbindung sind, weil wir gemeinsame Zweckverbände oder Sparkasse haben, müssen wir deren Konstituierung noch abwarten. Die folgen jetzt alle erst im September, wählen die ihre Kandidaten und erst dann können wir dort in die Gremienbildung gehen. Ja gut, dann gibt es ja Herausforderungen für die Zukunft. Es muss ja einiges auch getan werden. Kommen wir mal zum Haushalt des Landkreises. Welche Herausforderungen gibt es denn da jetzt gerade für die nächsten und kommenden Haushaltsverhandlungen? Das wird mit Abstand die herausforderndste Frage, die finanzielle. Das ist wie immer. Wie immer, wenn es ums Geld geht. Eigentlich zieht sich das seit 30 Jahren durch, die Herausforderung zum Haushalt. Die letzten vier Jahre haben an Dynamik noch etwas zugelegt, weil die Ausgaben enorm steigen, vor allen Dingen im sozialen Bereich. Nehmen wir gerne das Beispiel der Hilfe zur Pflege. Pflegeheimplatz kostet heute 3.000 Euro, so im Schnitt oder fast. Zumindest haben wir es bald erreicht haben. Diese 3.000 Euro kann aber niemand oder die wenigsten noch von ihrer Rente und von ihrer Pflegeversicherung bezahlen. Es gibt ganz wenige, die mit dem Pflegesatz aus der Pflegekasse und ihrer Rente dies aufbringen können. Das heißt, es springt dann das Sozialamt ein und die Kosten wachsen dynamisch nach oben auf. Alle zehn Landkreise in Sachsen werden im kommenden Jahr die 100 Millionen Marke reisen alleine bei der Finanzierung der Pflege. Das ist unheimlich viel. Und jetzt schauen wir uns die demografische Entwicklung an. Die Leute werden älter. Die Pflegebedürftigkeit wird mit zunehmendem Lebensalter auch eine immer häufiger. Das heißt, diese Kosten werden sich nach oben weiterhin dynamisch entwickeln. Und die Steuerkraft wächst aber in dem Zuge nicht mit. Die wächst zwar auf, aber nicht in so einer Dynamik, wie wir das dort feststellen. Und das wird eine erhebliche Herausforderung. Das sind allein nur die laufenden Einnahmen und Ausgaben, die dadurch sehr strapaziert werden. Und es ist im Grunde auch keine dauerhafte Lösung, mit Ausnahme erlassen, uns die kommunalen Haushalte genehmigen zu lassen. Es gab im Jahr 2021, 2022 den Corona-Erlass, wo sie gesagt haben, naja, wenn ihr auf Deutsch und übersetzt gesagt habt, wenn ihr in der Schieflage eurer Finanzen seid, dann winken wir die mal durch. Wir haben gerade Corona. Dann kam 2023, 2024 die Begründung, wir haben jetzt Krieg und die Preise steigen. Und das ist eine Ursache für auch Schieflagen im öffentlichen Finanzierungsbereich. Und jetzt ist man wieder vor der Situation gestellt, dass wir, also Corona haben wir nicht mehr, Krieg haben wir zwar noch, der Preisauftrieb hat sich ein bisschen verlangsamt, aber die Ursache, die muss angegangen werden. Wenn eine strukturelle Situation in Schieflage ist und Ausgaben dynamisch steigen, dann muss auch die Einnahmebasis hergestellt werden. Und das ist im Grunde die Hauptaufgabe. Und nicht zu schauen, wie reparieren wir vielleicht eine Genehmigungsfähigkeit und gucken mal über zwei Jahre, retten uns, um am Ende wieder festzustellen, die Struktur ist immer noch so, wie es ist. Genau. Und Schulden haben wir immer noch und mehr Geld können wir auch nicht. Aber wir haben noch trotzdem für den Doppelhaushalt ein paar wichtige Themen mit auf der Agenda, weil wir wollen natürlich auch investieren. Wir haben die Kraft auch noch zu investieren. Wir werden dort besonders unsere Berufsschulen in den Blick nehmen. Dort gelingt es uns über ein Förderprogramm des JTF. Das ist so ein europäischer Ableger, der am Kohleförderprogramm dranhängt, der speziell auch für die Berufsschulbildung zur Verfügung gestellt wird. An unseren drei Berufsschulen in Bölen, in Wurzen und hier in Grimma einiges zu investieren bis zum Jahre 2027. Das wird ein mittelfristiges Investitionsprogramm, um Neuansiedlung oder Betriebserweiterung, die wir ja haben in der Region, auch mit einer adäquaten berufsschulischen Ausbildung zu begleiten und damit auch nach wie vor attraktiv als Region bleiben. Ja, da kommen wir gleich mal, das passt ja ganz gut, zu der Wirtschaft im Landkreis. Da sieht es ja so aus, dass das alles sehr positiv wirkt, weil es gibt neue Ansiedlungen, gerade Stichworte, es war ein Spatenstich für eine neue Halle von Kryotek in Wurzen zum Beispiel, Wasserschutzpolizei in Zwenkau, die BAFA, also eine Behörde in Burna hat sich angesiedelt. Ist denn das gut für unseren Landkreis? Ich meine ja. Die Frage ist halt, gibt es weitergeplante Ansiedlungen? Also setzt sich das sofort? Aktuell ist es eine ganz optimistisch stimmende Lage. Wenn man im Fernsehen schaut oder die Zeitung aufschaut, sieht man von den Wirtschaftsnachrichten eher pessimistische Dinge. Wirtschaftswachstum dümpelt so dahin, Insolvenzen nehmen zu, Arbeitslosigkeit steigt zumindest leicht und die Ausblicke, ob jetzt diese ganzen Indizes von IFO oder ZDW, die da veröffentlicht werden, die sind alle eher so auf der Nulllinie und man hat den Eindruck, es dümpelt so dahin. Tatsächlich nehme ich hier in der Region was anderes wahr, nicht nur mit Ansiedlungen oder mit Behördenansiedlungen, sondern auch mit tatsächlich realisierten Investitionen. Das ist jetzt knapp zwei, drei Monate her, da haben wir bei Anona eine neue Betriebsstrecke in Betrieb genommen. Das war in der Taktung der Erweiterungsinvestition bei Anona in Kolditz das Dynamischste, was in den letzten Jahren überhaupt passiert ist. Kryotech ist jetzt eine strategische Entscheidung, die im Grunde der japanische Eigentümer getroffen hat, der gesagt hat, Wurzeln, das ist das Zentrum für unseren europäischen Ableger. Das hat also eine unternehmensstrategische Bedeutung und die Arbeitsplatzanzahl soll von jetzt um die 30, 40 auf bis zu 100 ansteigen. Und weitere Dinge, die sind im Blick. Was Ansiedlungen anbelangt, vor zwei Jahren hat sich Skeleton für die Region entschieden, baut in Markrandstedt aktuell, will nächstes Jahr in die Produktion gehen. HH2E, Wasserstoffherstellung am Standort Tierbach, wird im nächsten Jahr in die Bauphase gehen. Es gibt viele gute Ansätze und was mich freut, auch eine gute Diversifizierung. Also keine monostrukturierte Ausrichtung der Industrie, sondern von Lebensmittel, Maschinenbau, Chemieanlagenbau. Wenn es mal in einer Branche nicht so gut geht und die wackelt, dann gibt es genug andere Füße, worauf wir stehen können. Und das ist im Grunde eine gute Entwicklung. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben, auch wenn es vielleicht gerade gut läuft. Deswegen investieren in berufsschulische Ausbildung und auch in Vorsorge für die nächsten fünf Jahre denken. Das heißt also jetzt schon gucken, dass Gewerbe- und Industrieflächen zur Verfügung stehen, weil das ist ein knappes Gut. Grimma hat klug entschieden, an der Autobahn ein großes Gewerbegebiet zu entwickeln. Die Stadt Naunhof ist dabei, den Sachsenpelz zu revitalisieren, Svenka ist dabei, Frohburg ist dabei. Und das sind geschaffene Industrie- und Gewerbeflächen. Ist das knappe Gut? Und Unternehmen werden sich genau schauen, wo kriege ich denn schnell meine Fläche, die ich benötige für die Produktion. Denn in Selbstläufer ist es nicht mehr. Letzten Sonntag war nicht nur Landtagswahl, sondern da war auch in der Gemeinde Wiedemar an der A9 im Landkreis Nordsachsen ein Bürgerentscheid für ein sehr großes, wirklich sehr großflächiges Gewerbegebiet und es hat dort nicht die Zustimmung der Bevölkerung gefunden. Also die Gemeinde Kabelsgetal liegt jetzt in Sachsen-Anhalt, aber vergleichbar mit einer Gewerbeflächenentwicklung hat auch keine Mehrheit vor zwei Jahren gefunden in der Bevölkerung, in der Erweiterung. Und das sind so strategische Entscheidungen, wenn dort keine Entwicklung stattfindet, dann wird sich Wirtschaft und Unternehmen auch in andere Regionen orientieren, um eben dort ihre Investition zu tätigen, weil die wollen Rechtssicherheit haben. Natürlich, definitiv. Sie haben es eben schon gesagt, anderweitig sieht es bei der Wirtschaft eigentlich pessimistisch aus. Sehen wir jetzt auch aktuell, wenn wir sehen, die Autoindustrie, VW macht da im Moment Sorgen. Also das sieht gar nicht so gut aus. Sehe ich aber mal differenziert, weil gerade gestern nicht nur VW Nachrichten war, sondern auch BMW. Und BMW hat gestern für Leipzig entschieden, wieder ins Dreischichtsystem zu wechseln. Haben 900 Leute eingestellt dieses Jahr und ab 2028 wollen sie ein Auto mit Brennstoffzelle produzieren. Also bei VW scheint es mir doch eher vielleicht auch innere Themen zu sein, die zu einer Schieflage führen, kann ja bei jedem Unternehmen mal vorkommen. Aber es gibt auch Erfolgsbeispiele. Und BMW gehört ja irgendwo zur Region dazu. Genau. Aber das Thema Autoindustrie, BMW oder VW, das hat ja keine Auswirkung weiter aus dem Landkreis auf unsere weitere Entwicklung. Oder kann uns das in irgendeiner Form beeinflussen? Direkt nicht, aber es gibt Zulieferer, die in der Region sind, die an der Automobilindustrie dranhängen. Also da haben wir eine ganze Reihe, die im Maschinenbau, im Zulieferbereich, im Servicebereich sind. Also wenn da schon ein großer Player wackelt, dann gibt es schon auch Ansteckungswirkungen in der Region. Das ist so. Wir haben vorhin gesagt, eine Bundesbehörde, die BAFA hat sich angesiedelt. Hat das eine besondere Bedeutung für uns hier im ländlichen Raum und für den Landkreis? Ja. Die BAFA hat sich hier angesiedelt mit einer neuen Behörde. BAFA ist ja ein großer Laden, sage ich mal so, im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Was aber unterrepräsentiert ist bei Bundesbehörden, ist historisch bedingt. Die meisten haben ihren Sitz in den alten Ländern. Und nach 1990 sind sehr wenige Bundesbehörden gegründet worden und haben ihren Weg in die neue Bundesländer gefunden. Das Umweltbundesamt in Dessau ist, glaube ich, so ein markantes Beispiel, was vor 10, 15 Jahren mal in Dessau aufgebaut wurde. Und es gab aber ein klares politisches Commitment in Berlin zu sagen, wenn Behördenansiedlungen erfolgen, wenn Neugründungen passieren aufgrund von Aufgabenmehrung, dann sind gezielt die neuen Bundesländer zu befürworten. Für die BAFA-Ansiedlung hatte sich Burna damals beworben und den Zuschlag vor zwei Jahren bekommen. Und jetzt war die Eröffnung ein relativ zügiger Aufbauprozess. 100 Menschen sind dort vor Ort beschäftigt, sind auch viele Rückkehrer dabei, die aus der Region stammt, zurückgekehrt sind. Das ist jetzt eine lokal-wirtschaftliche Auswirkung, hat es schon, es geht ein produzierendes Gewerbe, ist klar, es ist eine Behördenstruktur, aber es sind 100 Leute mehr in der Region, die hier leben, die hier nachfragen und die hier konsumieren. Insofern ist es auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ja, na gut, prima. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, was jetzt nicht so erfreulich ist, Gewalt und Straftaten von Asylbewerbern. Aktuell haben wir ja tatsächlich deutschlandweit wieder entsprechende Probleme. Sehen wir mal an die Gewalttat in Solingen, München, jetzt aktuell passiert ja ganz schön viel. Das kommt natürlich zum Aufschrei auch in der Bevölkerung und zu Ängsten, ganz klar. Und auch die Politiker in Berlin versuchen dem entgegen zu steuern. Wie sieht es denn mit dem Gewaltpotenzial, dem Straftatenthema hier bei uns im Landkreis aus? Und vielleicht bei der an der Stelle, weil die Frage kommt jetzt immer auf, wenn Ausländer Straftaten begehen, sollen sie ausgewiesen werden? Wie sieht das bei uns hier im Landkreis aus? Dürfte der Landkreis, also dürfen Sie als Landrat und als Landkreis, als Institution auch Leute ausweisen? Also wir haben jetzt keine auffällig hohe Zahl an Straftätern, die im polizeilichen Sinne registriert sind. Es gibt natürlich Straftaten. In der Regel sind das auch Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit. Die finden oftmals aber in den Einrichtungen statt. Das macht es jetzt nicht milder, aber das ist trotzdem festzustellen. Und es gibt eine klare Erwartungshaltung unserer Bevölkerung, dass wenn ein Ausländer gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstößt, dass er eben das Land zu verlassen hat. Das klingt so banal. Das Vollzugsthema liegt aber natürlich bei der Polizei, weil die müssen das ja vollziehen. Die müssen ja im Zweifel den Straftäter aus seinem Umfeld holen, aus der Wohnung holen, aus der Einrichtung holen und müssen sie ja dann den Abschiebevorgang durchsetzen. Die zentrale Ausländerbehörde ist die Landesdirektion, die im Grunde diese Entscheidungen trifft und mit der Polizei den Vollzug organisiert. Aber man sieht eben, dass, wenn ich an Solingen zurückdenke, das war ja auch ein Straftäter, der schon mehrere Monate auch nach seiner Tat hier noch im Land gelebt hat, dass dort ein erhebliches Defizit passiert. Deswegen braucht man sich in Berlin nicht über Gesetzesänderungen lange Gedanken machen, sondern muss die Vollzugsbehörden stärken. Denn im Gesetz steht, ich habe das extra nochmal rausgesucht, seit Jahren ist im Aufenthaltsgesetz geregelt, dass wenn ein Ausländer gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstößt, wenn er gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt oder sonstige Interessen der Bundesrepublik gefährdet, wird abgeschoben. Und das lässt keinen Zweifel für Diskussion oder Interpretation, es ist nicht kann, es ist nicht sollte, es wird abgeschoben. Heißt, es bräuchten eigentlich gar keine Gesetzesänderungen? Die Gesetze sind klar, 53, 54 Aufenthaltsgesetz, steht alles drin. Und da muss es gut vollzogen werden und vor allen Dingen auch zügig vollzogen werden. Okay. Herr Gleichen, wir sind schon so von den Themen, was wir bisher hatten, schon mal durch. Haben Sie noch ein Thema, was Ihnen vielleicht auf der Seele brennt oder irgendeine Neuigkeit, die wir noch nicht wissen? Neuigkeit noch nicht, aber eins brennt mir noch auf der Seele. Ich wünsche Frau Sonntag gute Besserung. Okay, sehr gut. Da wird sie sich freuen. Und sie ist wahrscheinlich noch sehr erwartungsvoll, Sie dann das nächste Mal hier wieder zu begrüßen, wobei mir das hier mit Ihnen auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, sehr angenehm. Herr Gleichen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie für die Fragen zur Verfügung standen. Danke. Und Sie, meine Damen und Herren, können selbstverständlich auch immer wieder an uns schreiben, bürgerdialog.multital.tv. Ihre Fragen an Herrn Gleichen dann gern bei uns hier abladen, sozusagen. Und wir geben es weiter, behandeln es das hier in der nächsten Bürgersprechstunde. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.